Ein guter Knoten zum Verbinden zweier Leinen ist dieser Ansteckknoten, wird hier im Kanal unter der Variante 5, Ansteckknoten Variante 5 geführt. Einfach herzustellen und gewährleistet doch eine sichere Verbindung zweier, im Idealfall gleich starker Leinen. Er ist ähnlich wie der Däumelinchenknoten, aber halt nur ähnlich. Der Ansteckknoten V5. In das Arbeitsende der linken Leine legen wir eine Bucht mit dem Ende nach unten. Rechte Arbeitsende wird über die Bucht geführt. Und über die eigene stehende Part durch das Auge gesteckt. Das Ende der linken Leine wird ebenfalls von oben parallel zur anderen Arbeitsende durch das Auge gesteckt. Ansteckknoten Variante 5.